Delver, das Deck, das in Legacy die meisten Karten auf die Bandit-List gebracht hat. Schauen wir uns das mal an! Delver ist seit Ewigkeiten ein Tier-1-Deck in Legacy. Warum? Weil es einen Spielstil hat, der sehr schnell, sehr stark ist. Es ist ein Tempo-Deck und Tempo ist sehr, sehr wichtig. Tempo ist etwas, was nicht Agro ist, sondern Tempo ist tatsächlich etwas, das den Gegner verlangsamen, während man selber immer schneller noch versucht, die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Und wenn der Gegner dann zu langsam auf seinen Plan kommt und wir tatsächlich schneller in unseren Plan kommen, dann sind wir da relativ schnell dabei, dass wir das Spiel gewinnen. So, was spielt man in dem Deck? Drei, sechs, sieben, acht Fettschlender. Normalerweise macht man einen 2-2-2-2-Split. Ich habe jetzt einen 3-3-2-Split gemacht, weil ich faul war. Bin ich ehrlich. Warum macht man den Pithy-Needle? Pithy-Needle ist eine Karte, die sagt, man kann eine Karte von ihren Effekten abschneiden. Und wir spielen nicht so viele Länder. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir, wenn der Gegner z.B. sagt, Polluted Delta als Target für seine Pithy-Needle, dann, na ja, haben wir halt keine Fettschlender mehr. Das bedeutet, vier Karten von uns sind kaputt. Und das wollen wir eben umgehen. Das heißt, wir wollen ihm möglichst wenig Prozente geben, da irgendwas zu machen. Außerdem, wenn man mal zum Flooded Strand oder so Misty Rainforest startet, dann kann der Gegner auch manchmal auf die falsche Fährte kommen und denken, ah, er spielt was völlig anderes als das, was wir am Ende spielen. Ja, Fettschlender kann man opfern, umso entdeckt nach, in dem Fall, Inseln zu suchen. Denn wir spielen drei Volcanic Islands und drei Underground Seas. Wie gesagt, Kriegs des Delver ist der Weg, den ich jetzt gewählt habe. Es gibt auch noch UR und Rugg. Die kommen die Tage auch noch bestimmt irgendwann im Laufe des Jahres. Dementsprechend, wenn ihr da mehr sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr die anderen Versionen auch sehen wollt. Aktuell bin ich auf Griexis, weil ich Griexis sehr mag. Dazu vier Wastelands, um den Gegner von seinen Ländern abzuschneiden. Genau, wir versuchen den Gegner von Ländern abzuschneiden, damit er seinen Tempoplan nicht so machen kann. Wir agieren auf sehr, sehr wenig Mana. Ein bis zwei Mana-Quellen reichen uns, deswegen haben wir auch nur sechs wirkliche Mana-Quellen. Acht Länder, die diese sechs Mana-Quellen raussuchen. Die Wastelands sind tatsächlich nur dafür da, um den Gegner weiter zu verlangsamen. Denn wenn der Gegner keinen Mana hat, dann kann er nicht so viel machen. Die Kreaturen, die wir haben, sind auf der einen Seite Delver of Secrets. Ein Ein-Mana-1-1er, der sagt, zu Beginn des Versorgungssegments können wir die oberste Karte das Text anschauen. Wenn es eine Instant Sorcery ist, können wir sie vorzeigen und den Typen transformen. Dann transformen wir ihn in einen 3-2-Flieger. Der ist auch schon seit dem ersten Innistrat dabei. Ich hab die Version genommen, weil ich die tatsächlich irgendwie ein bisschen witziger finde. Die aus Midnight-Hand. Jedem dasselbe. Es gibt auch Leute, die nutzen diese schwarze ... Das hier find ich ganz weird. Egal. Delver of Secrets, viermal. Manchmal gibt's auch weniger, die man spielt. Aber ja. Dann eine Karte aus Modern Horizons 2. Der Morktite Regent. Fünf Mana können gedelft werden. Ansonsten kostet er zwei blaue, ist 3-3. Fliegend und wenn gedelft wird, dann kriegt er für jede Instant Sorcery, die mit ihm exiliert wird, eine Plus-1-1-Marke. Das heißt, er kann im besten Fall, wenn er geplayt wird, ein 2-Mana-8-Achter sein. Zusätzlich ist es aber so, wenn Instant Sorcerys den Friedhof verlassen, dann bekommt er noch eine Plus-1-1-Marke. Das ist in dieser Version nicht ganz so relevant, außer für den zweiten Morktite. Ansonsten gibt's auch so ein paar Tricks, wo man z.B. mit einem Land, was eine Karte wieder oben drauflegen kann usw. wirklich auch coole Ergebnisse erzielen kann. Das ist, wie gesagt, nicht so relevant. In diesem Deck, deswegen 3 Morktite-Regent. Dazu 4 Dragon Raid-Channeler, 1-Mana-1-1. Immer wenn man nicht Kreaturen-Zauber-Caste, zerwählt man eins. Ihr merkt schon, wir werden nicht so viele Kreaturen haben. Der Flip von Instant Sorcerys, der macht was mit Instant Sorcerys, der macht was mit Instant Sorcerys und anderen Sachen. Und ja, dementsprechend werden wir nicht viele Kreaturen haben. Er ist ein 1-Mana-1-1er, der zu einem 3-3er wird, wenn wir Delirium haben. Also 4 verschiedene Kartentypen in unserem Friedhof. Kreatur, Land, Instant Sorcery, Artefakt sind z.B. schon mal 5. Und da muss er jede Runde angreifen. Aber er kann fliegen. Er ist ein sehr cooles Aggro-Tool, das wir einfach haben. So, dann haben wir Org-Spaumaster. Der Grund, warum ich aktuell immer noch Kriegsers spiele. Ich finde, den einfach zu gut immer noch. Es gibt die Möglichkeit, hinzugehen und den zu cutten und nur OR zu spielen. Das ist kein Problem. Es gibt auch die Möglichkeit, ihn gegen einen Questing-Duel auszutauschen, beziehungsweise zwei Questing-Duelts, und dann einen leichten Grün-Splash mit reinzunehmen für die Questing-Duelts. Ich persönlich bin bei Org-Spaumaster, weil ich fand den sehr, sehr gut und sehr, sehr nice. Ich hab auch mal ein Deck-Deck gemacht zu einem sehr ähnlichen Deck, was dann 4-Color war und die Delve of Secrets gegen die Questing-Duelts ausgetauscht hat. Das war auch richtig geil. Da hab ich auch im Eternal Weekend mitgespielt und hab ganz knapp die Preise nur verpasst. Auch das war sehr, sehr cool. Aber jetzt geht's um den Delver-Deck. Und den Rest der Karten werdet ihr sehr ... Also, wenn ihr das Deck-Deck gesehen habt, werdet ihr hier das Deck-Deck kennen, weil es ist nicht so viel anders. Es liegt einfach dran, dass diese Tempo-Decks fast immer gleich aussehen. Dementsprechend, ja. Hoffe ich, ihr bleibt trotzdem dran. Was wir in diesem Deck nämlich haben, sind ... Und jetzt wird's super spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Jetzt müssen alle wach bleiben. 4 Brainstomps. Als ein-Manner-Spell, der drei Karten zieht, zwei wieder oben drauf legt. Mit Fettschlendern, super broken. Jedes Format, das ihn spielen kann, spielt ihn. Nicht ohne Grund. Es ist wirklich eine gute Karte. So, dann haben wir Ponder. Vier Stück. Wir gucken uns drei Karten an, können einen davon auf die Hand nehmen. Also, können vorher mischen und dann einen auf die Hand nehmen von dem Draw und so. Wenn wir wollen. Oder im Liebige-Reihenfolger zurücklegen mit dem Draw. Dann, vier Days. Ich bin so, es ist leid, diese Karten vorzulesen. Es tut mir leid für die Leute, dass sie das erste Deck-Deck haben. Ihr könnt die Karten ja zum Glück auch lesen. Aber ich bin bei so Tempo-Decks, bei so Delver-Decks und so weiter. Ich dreh's immer wieder dieselben Karten vor. Es spielt sich halt komplett anders, wie zum Beispiel, wenn man ohne Delver auf Secret spielt. Dementsprechend, ja. Wir haben hier Days. Kann man einen Zauber kontern, wenn man eine Insel zurück auf die Hand nimmt. Der muss einmal in der Mitte zahlen. Gerade mit Wasteland, sehr, sehr gute Karte. Weil man kann den Gieter halt von Mana abschneiden. Wenn er versucht, das Tempo aufzuhalten, machen wir Days. Wir brauchen eh nur ein oder zwei Mana. und sind nicht hinten dran im Vergleich zu unserem Gegner. Dann haben wir Force of Will. Fünf Mana, wir counteren, Spell, können eine blaue Handkarte abwerfen und ein Leben bezahlen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Das ist alles der unrelevante Teil. Das spielt man fast in jedem blauen Deck, in Legacy. Was man nicht so oft spielt, aber aktuell sehr cool ist, ist Stifle. Wir counter eine aktivierte oder triggerte Ability. Das ist sehr, sehr cool. So ein Fetchland oder so ein Wasted vom Gegner oder so ein Bowmaster vom Gegner, der unseren Bowmaster vernichten möchte oder so. Mega. Gute Karte. Dann vier Lightning Bowls für so ein bisschen ein Mana-3-Damage-Action auf eine Kreature am Spieler. Planeswalker darf man damit auch schießen mittlerweile. Aber da ich die Karten aus der Liste spiele, ja, ist es da nicht so einfach. Dann noch drei Mishra's Bubble. Mishra's Bubble als Artefakt, dass man tappen kann, opfern kann, die gegnerische Karte des Topdecks angucken kann oder unsere. Und dann zum nächsten Abgeb ziehen wir eine Karte. Die Karte kann man sehr, sehr gut benutzen mit Delver of Secret. Man kann nämlich tatsächlich einfach Delver of Secret starten, indem man Insel Delver of Secret plus Mishra's Bubble spielt und dann im Gegnerzug die Mishra's Bubble aktivieren. Hat die Bewandtnis. Jetzt haben wir zwei Trigger zu Beginn des Versorgungssegments. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir gucken uns erst die oberste Karte, also nee, erst kommt dieser Trigger auf den Stack und dann die Mishra's Bubble. Wir haben uns ja vorher die oberste Karte des Decks angeschaut. Das heißt, wir können entscheiden, ob wir mit der Mishra's Bubble erst eine Karte ziehen, wenn es keine Incentive Sorcery ist, um der Hoffnung, den Delver of Secret eben zu triggern, oder die Karte wirklich vorher vorzuzeigen und dann die Karte zu ziehen, weil wir wissen, es ist eine Incentive Sorcery. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Kombination aus den beiden Karten und dank dem Dragon Raid Chandler auch sehr gut spielbar. Und was wir da noch haben, ist zwei Molten Collapse. Zwei Mana, Juice One. Wenn wir Descended haben, dann können wir beides machen. Descended bedeutet, dass eine permanente Karte vom Friedhof von irgendwer hergekommen ist. Fetchland, Wasteland, Mishra's Bubble oder eine Kreatur, die gestorben ist. Und wir können entweder eine Kreatur der Planeswalker zerstören und oder wir können nicht Kreaturen, nicht landpermanente Mana-Kosten von 1 oder weniger zerstören. Gerade das ist sehr, sehr ärgerlich, wenn man sowas wie Chalice of the Void hat. Wir agieren eben auf Selfie-Lauf-Einem-Mana. Damit kann man Chalice of the Void im Mainboard loswerden. Und es ist ein Removal. Dementsprechend eine sehr, sehr geile Karte, die man auch nicht so wirklich oft rausboardet. Es sei denn, man geht so gegen Sneak & Show oder sowas. Apropos rausboarden, wir gucken uns mal das Sideboard an. Und bevor wir ins Sideboard gehen, ganz kurz der Hinweis. Ich hab unten in der Videobeschreibung einen Link zu einem Twitter-Post von Nimblers M. Oder auch Matteo genannt. Superlieber Mensch, hab ich schon interviewt auf dem Eternal Weekend. Super, 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 super starker Spieler, was selber angeht. Und er hat einen kompletten Sideboard-Guide gemacht. Manche Leute fragen mich ja immer, Blackie, was muss ich denn gegen wen reinnehmen? Was nimmst du denn wie rein? Schaut euch den Sideboard-Guide mal an. Ich hab, glaub ich, eine Karte anders. Ich hab, genau, eine Force of Negation, weniger dafür ein Grave-Tigger-Scage. Und da könnt ihr das Ding wirklich euch mal mitnehmen und ausdrucken und könnt dann wirklich hingehen und sagen, okay, ich nehm das zum Beispiel als Guide für mein Sideboarding. Und das funktioniert sehr gut. Also, es funktioniert wirklich gut, was er da gemacht hat. Und, na ja, wie gesagt, er hat Top 8 bei ganz, ganz vielen Events gemacht. Ist ein starker, starker Delver-Spieler. Er unterscheidet auch zum Beispiel On the Play und On the Draw, was zum Beispiel bei dem Days sehr, sehr stark merkbar ist. Weil man halt bei manchen Match-Ups einfach Days einfach rausnimmt. Spannenderweise nimmt er es gar nicht so oft raus, wie ich das persönlich rausnehmen würde. Dementsprechend find ich den Guide sehr, sehr spannend und werd den auch beim nächsten Turnier dabei haben, um da reinzuschauen. Gucken wir an, was wir haben. Wie gesagt, ich hab schon gesagt, wir haben Force of Negation. Das ist halt ein Counterspell für Non-Creature-Spells, der Exiled. Den haben wir halt, wenn wir noch mehr Force of Wills brauchen. Können wir nur im Gegner so viel Force of Wills benutzen. Dann zwei Counterbalances. Diese sind halt sehr, sehr stark, wenn wir sie ihm halt irgendwie Turn 2 dahin legen und der Gegner auf einmal random Sachen gecontert bekommt. Wir haben keinen Dreier drin, außer den Force of Negation, aber halt so Einser, Zweier, Fünfer und Siebener. Dementsprechend kann es auch mal sein, dass ein Gegner schon merkt, halt einfach random durch eine Counterbalance gecontert wird. Und das gewinnt uns wieder Tempo. Dementsprechend wirklich eine sehr gute Karte. Dann ein Hydro Blast, damit man rote Spells countern kann oder rote Permanente zerstören kann. Das ist relativ wichtig in der aktuellen Meta, weil so viel Rot rumläuft. Ja. Dann zwei Price of Progress. Das klingt ein bisschen seltsam, wenn wir keine Basic-Lens drin haben, aber es gibt aktuell so viele Spieler, die mehr Basic-Lens drin haben als wir. Und dementsprechend können wir halt mit Price of Progress einfach Schaden schießen. Doppel der Anzahl der Non-Basic-Lens, die ein Spieler hat. Wir kriegen vielleicht vier Damage, unser Gegner aber acht. Und das ist wert. Das ist manchmal so wert. Meltdown, Artefakt-Decks sind immer noch over und überall. Und jetzt kommen sie in Modern ja auch noch Meltdown. Und Meltdown ist eine gute Karte. Wenn ihr Modern-Spieler seid und ihr das Ding euch verirrt habt, in die reinguckt und die ganze Zeit noch zuschaut, kauft euch nachher Meltdowns, wenn die dann gereprintet werden. Weil das ist so eine starke Karte gegen Artefakte. So noch und nöcher. So eine gute Karte. Mein Gott. Für Rotes und X zerstören wir alle Artefakten mit X oder weniger Manner-Kosten. Dann drei Pyroblasts. Damit können wir blaue Zauber oder blaue Permanenten zerstören. Im Counter-War wollen wir manchmal nicht Force of Will spielen, sondern, na ja, wollen vielleicht lieber so was wie ein Red Elemental Blast spielen. Und dementsprechend, ja, kann man das ganz gut nutzen. Dann ein Surgical Extraction. Können wir für ein schwarzes oder zwei Leben bezahlen und eine Karte aus dem Friedhof existieren und alle mit dem gleichen Namen aus dem Hand, dem Friedhof und dem Deck des Gegners entfernen. So als One-Off. Und als Two-Off, weil es halt aktuell so gut ist, den zu spielen, das ist wirklich der Wahnsinn. Grave Digger's Cage. Grave Digger's Cage ist eine wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig starke Karte gerade. Wenn man sie in der ersten Runde droppt gegen so was wie Grieve Reanimate oder sonst was, hat man so seine Ruhe. Mono Black ist so bad, wenn das Ding auf dem Board liegt. Auch gegen Goblins zum Beispiel. Mega insane, weil er Muxus abschaltet. Muxus deckt ja oben vom Deck auf und dann werden die vom Deck praktisch castet. Das können die hier nicht. So eine gute Karte aktuell. Wirklich, wirklich, wirklich spielen. Spielen, spielen, spielen. Und ja, normalerweise kommt so ein bisschen in der Deck-Talk jetzt noch so, was ist ein Tempo-Deck? Das hab ich am Anfang schon erklärt. Warum ist das sehr cool? Weil das halt ein Aggro-Deck ist, beziehungsweise ein Tempo-Deck, das halt sehr, sehr stark aktuell in der Meta wieder performt. Aber ja, auch mit Sideboard und so weiter, kann ich euch nichts sagen, außer guckt mal in der Videobeschreibung und schaut mal, ob ihr da vielleicht an einem Sideboard-Guide interessiert seid. Es sind nicht ganz alle Matchups drauf. Ich glaub, Mono Black Aggro fehlt oder so. Und ja, so ein bisschen was fehlt. Ist aber nicht so schlimm. Prinzipiell kann ich euch sagen, ist ein geiles Deck, es macht Spaß. Und wenn ihr das mal proxen wollt oder spielen wollt oder die Karten habt und es spielt, spielt es mal wieder. Es ist lange her und vielleicht ist es immer noch gut. Ansonsten Video liken, abonnieren, Daumen dalassen, Glocke aktivieren und so weiter und so fort. Der Mutter, dem Vater, dem Kind einen Videolink schicken, damit es auch nochmal aufruft und meine Videos gucken kann. Und ansonsten könnt ihr gerne auch mich monetär unterstützen. Zum Beispiel bei Patreon. Dort könnt ihr ab drei Euro im Monat mich unterstützen. Das hilft mir immens. Aktuell ist wieder so eine Phase, wo so ein paar Leute abspringen, weil das Leben wird teurer. Das ist mir bewusst. Überlegt euch nochmal, wenn ihr irgendwie drei Euro oder so entbehren könnt. Es geht hoch bis eine ganze Menge mehr. Ab irgendeinem Tier werdet ihr wie diese coolen Leute hier einfach gezeigt. Ab irgendeinem anderen Tier bekommt ihr noch eine Kleinigkeit oder halt was ganz Großes von mir zugeschickt. Und ja, schaut mal rein, überlegt es euch. Es würde mir immens helfen. Und ansonsten, wenn ihr euch das nicht leisten könnt, macht es nicht, wenn ihr es euch nicht leisten könnt. Wie gesagt, liken, abonnieren und so weiter ist kostenlos. Das hilft auch. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, und wenn ihr euch neuer Blech seht. Ciao, ciao.